Rief der gedrängte Mann, um alle meine Ehren ist immer da getan und um die Zucht und Treue, die Gott mir angebot, o Herr im Himmel droben, wenn du durchs meinen Tod. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, lasst uns lesen. Das hier ist für später. Wir machen weiter mit Labsaal im Trübsal, bunte Geschichten von Georg Gass. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, da ich zu den vorherigen Folgen führt. So, wir haben aufgehört, ich glaube beim Verlobungsring, das war die letzte Geschichte von der letzten Folge, von der ersten Folge. Und heute machen wir als erstes amerikanische Biene. Noch eine kleine Erklärung, warum ich hier so viele Zettel bei mir liegen habe. Ich möchte innerhalb der Geschichte euch ein bisschen erklären, was hier gemeint ist. Es werden ein paar Wörter genannt, da fehlt mir ohne Kontext, ist das ein bisschen zu schwer zu verstehen. Und es werden hier einige Begriffe genannt, die schon sehr alt sind und im heutigen Sprachgebrauch nicht mehr genutzt werden. Beziehungsweise für die deutsche Zunge vielleicht nicht gleich verständlich ist. Für den Österreicher wohl sehr, aber naja. Auf jeden Fall hatte ich mir dann jemanden zu Hilfe erbeten, der Österreichisch kann und der hat mir geholfen. Und dementsprechend werde ich ein paar Übersetzungen anbringen, sobald es nötig ist. Wenn der Kontext es nicht von selbst bringt. Gut. Amerikanische Bienen Eine Stunde von der Haltestelle weg liegt ein gutes Wirtshaus, wo sanfte Eheleute vorsetzen, was die karge Zeit noch feil hat. Dorthin kam eines Tages ein Wiener in Holzgeschäften und tat sich vor der Heimreise mit Verstand und Muße gütlich. Kaum hatte er Leib und Seele unterfasst, gepölzt und unterzunden, also hat sich was angetrunken, als auch schon der Spaßwogel in ihn erwachte. Und so hub er an, dem sanften Wirt eins um andere zu erzählen und weil der Wirt willig auf alles einging, wurde der lose Gast kühn und kühner. Das Gespräch kam bald auf die Bienenzucht des Wirtes und den Honig davon, den der Wiene ein Gefäß voll hamsterte. Man geriet dann auf die Bienenzucht überhaupt, die bei uns in Österreich noch so zurück sei. Wir könnten ungleich mehr Honig schleudern, sagte der Reisende, wenn wir amerikanische Bienen hätten, wie sein Freund Scheibelreiter in Zwölffaxing. Was das nachher für Bienen seien, frug der Wirt neugierig. Ja, lieber Herr Wirt, pnauste der Reisende nach einem tiefen Schlucke. Das sind freilich, Biene, das sind eben erst Bienen, sozialisierungsreife Bienen, sage ich Ihnen. Wenn ich Ihnen etwas sage, Herr Wirt, und es ist wahr, so können Sie es mir glauben. Sie werden es mir zwar nicht glauben, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Sie sind wirklich so groß wie die Spatzen, die amerikanischen Bienen. Gengangs, und ist es richtig wahr? Wenn ich Ihnen sage, wie die Spatzen, sage ich Ihnen, nicht einen I-Tupf kleiner. Ja, wie kommen die denn dann in den Beinen, so ein Bueini, den Bienenkorb? Beim Loch, versteht sich, das Loch ist eben größer. So ein amerikanischer Bienenkorb ist eigentlich kein Korb mehr, sondern ein Kasten, so breit wie ein zwiespanniges Bett und so hoch wie ein Schwalbennest. muss eigens angefrienet werden. Ach wohl? Freilich! Und da seien wohl amerikanische Völker beisammen, versteht sich's. Der ganze Bienenstand schaut halt her wie ein Heustadel von einem Großbauern. Das ist so ein, ein Heustadel ist so ein, Moment, das sind kleine Rundholzblockbauhütten, wo das Heu halt aufbewahrt wird. Ähm, und wer die Rahmen zum Schleudern ausnimmt, der muss auf der Leiter herumkraxeln, wie beim Taubenausnehmen und Kirschenbrocken. Taubenausnehmen, ich kenne schon mal, was das bedeuten soll. Ähm, Taubeneier sammeln wahrscheinlich, weil er hier von einer Leiter spricht. Und Kirschenbrocken heißt so viel wie, ja, Kirschenpflücken. So, so ein Rahmen ist größer als ein Nudelbrett. Ein Mann hat daran zu tragen. Ach wohl! Aber können denn so groß die Beine auf die kleinen Waben herumkraxeln? Also können die mit den Bienen mit so großen Beinen auf den Waben überhaupt rumlaufen? Hahaha, die amerikanischen Bienen bauen selbstreden größere Waben. Sechsecke, sag ich Ihnen, wie die Seidelstutzen. Seidelstutzen, das sind die, ist ein Maßkrug. Und dann der Seidelstutzen ist halt unten, ähm, der Boden von einem Maß. So groß sind die Waben. Und das Wachs von einem Stock lag mindestens für den martialer Hauptaltar. Der martiale Hauptaltar steht in, steht im Basilica Mazzriell Mariazell, der bedeutendsten Zwei-Fahrts-Ort in Österreich. Ach wohl! Jetzt begreif ich, da werden die Beinen gewiss an mehr Honig zusammentragen, als wir in Friebein? Mhm, 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 versteht sich's. Bei guter Tracht bringt jede amerikanische Biene drei bis viertel Seidel Honig täglich. Sag Gravold, das kommen wir jetzt brauchen bei der Zuckernot. Drum sagt ihr. Ja, und wie man den Honig brauchen könnte, gerade jetzt, wo die Tschechen den Zucker so zurückhalten wie die Jungfern, die Blähungen, hätt ich bald gesagt. Wohl, wohl, das ist ganz richtig. Aber sagre wohl nie amul eini, also er Honigschleudern muss ausgeben, wohl er fühl obat dabei. Das heißt, ja klar, das ist sehr richtig, aber Himmel, Herrgott, noch mal rein damit, ein solcher Honigschleudern muss ausgeben. Es steckt wohl viel Arbeit darin. Ohne Arbeit und Plage kein Erfolg. Mein Freund Schallbereiter in zwölf Haxien hat sich einst darauf eingerichtet. Er treibt die Honigschleuder genau so, wie die Süßramschleudern mit dem Göppel. Zwei feste Pinzauer vor jedem Göppelstange geht ganz leicht so. Ähm, ein Göppel. Göppel, das ist eine Kraftmaschine, die durch Muskel, Wasser, Wind oder Dampfkraft angetrieben wird. Ähnlich wie eine Windmühle, wenn man so will, aber eben halt durch Muskelkraft halt oder Wind je nachdem. Und ein Pinzauer ist ein österreichisches Militärfahrzeug. Das will ja morna. Der Honig tropft zacht, da gehört der Wolken dazu. Wanns dieg obrani soll, den ganzen Tag. Na, und wir ist noch worns. Er so ein Beinheck, das gibt wohl heinisch aus. Schiach aus. Tut mir leid, also mein österreichisch, ich kann das nicht so gut. Ähm, übersetzt heißt das, Das will ich meinen. Der Honig tropft zähflüssig, dazu gehört eine Gewalt dazu, wenn man es dick hinunterrinnen lassen soll, den ganzen Tag. Na und, wie ist es spät, wenn einem so ein Bein sticht? Wenn einem so eine Biene sticht, das geht wohl schlecht aus. Also Bein heißt Biene. Ähm, nicht einmal. Erstens merkt man leichter, wenn so ein großes Vieh daherfliegt und passt auf. Und dann haben die Amerikaner geschickt, wie sie sind, in der Richtung gezüchtet, dass das Bienengift sich ganz abgeschwächt hat. Gerade so, wie sie in Amerika auch kernlose Obst züchten. Hilft auch gar nichts mehr. Und gegen das Gliederreißen, wie das Gift unserer heimischen Bienen. Stacheln aber haben sie dafür schon, wie die Tabakstierer. Ähm, Tabakstierer. Wenn man vorne, ähm, bei einer Pfeife, bei einer Tabakpfeife, tut man ja vorne immer so rumstochern halt in den Tabak halt. So ein bisschen auflockern. Das ist ein Tabakstierer. Also so ein kleiner Dorn. Hm, hm, hm. Ja. Äh, hm. Jetzt war ich doch völlig neugierig. Wie es nochmal mit den Bannis, wonach sie es gleich ein Po, ein 30, 40 Bein auf ein Astel hochkant, schob den nach Barmann nicht in der Blüe. Jetzt wäre ich aber ganz neugierig. Wie es mit den Bäumen ist, wenn sich gleich ein paar 30, 40 Beiner auf einem Ästchen setzen. Schadet es den Bäumen nicht und ebenso nicht die Blüten? Oh, die Viechler sind vorsichtig. Bei den jungen Bienen kommt es wohl vor, dass sie sich in ganzen Träublern auf einen Zweig niederlassen und dass ein solches Zweigl dann abbricht und das Träublern fallt zu Boden und etliche Bienen verstoßen sich oder tun sich weh. Aber das haben sie geschwind heraus und den Schaden machen sie klug und sie hüten sich dann schon. Zuwider ist eigentlich nur die Schwarmzeit. Da geht es zu wie in einer Judenschule. Aber mein Freund Scheibereiter in Zwölfaxing hat ein einfaches Mittel ausfindig gemacht. Der hat solche Kniffe überhaupt erst außen wie der Krovatts Heimat. Seine Bienenstand liegt in der Nähe des Feuerwerkzeughauses. Und wenn ein Schwarm röglich wird und der treibt es gar zu arg, so greifen sechs oder acht bei den Feuerspritzen an und lassen etliche Eimer verdünnten Salmiaklösungen niedergehen. Dann sind sie gleich dasig, wie ein gepfändeter Rosshändler. Dasig, sag ich Ihnen, wie ein ausgehandeltes Sprungtier. Salmiaklösung ist Ammoniakwasser, also das Zeug, was sehr stark riecht in Reinigungsmitteln und sowas. Wenn man davon zu viel einatmet, dann wird man schon ein bisschen schwindelig und ist auch giftig bei der gewissen Menge. Jawohl? Nur während der Scheidenblüter war es ein Gefrät. Für unsere Heiden sind die amerikanischen Bienen entschieden zu schwer. Sie haben zu viel zusammengetreten. Schade drum. Ja. Aber mein Freund Scheibereiter aus Zwölfaxing hat nicht nachgegeben. Freilich. Am liebsten wäre ihm ein amerikanischer Heidensamen gewesen, denn der amerikanische Heiden ist stärker und honigreicher und tragt die amerikanischen Bienen leicht. Aber durch den Krieg war der Samen leider nicht erhältlich. So hat mein Freund Schalbereiter aus Schilfrohr kleine federleichte Spreizlern geschnitten und seine Bienen als Stelzen auf die Achseln angebunden. Das hätten Sie sehen sollen, wie die amerikanischen Bienen da im Heiden herumgestiefelt sind. Nicht ein bisserl haben sie zusammengetreten. Kalbel! Schrei Kuckuck! Das hätte ich völlig für möglich gehalten. Und was kostet nachher ein Schwarm von der Gattung? Die werden nicht schwarmweise, sondern paarweise verkauft. Das Paar zu 30 bis 40 Schweizer Franken. Pfff! Ja, mein Lieber, umsonst ist der tot und der kostet das Leben. Aber fragen Sie meinen Freund Schalbereiter in Zwölfaxing, was der für Honig und Wachs einnimmt in einem Jahr. Der hat einfach ein Wachs- und Honigbergwerk ohne Lohnerhöhung und ohne streikende Arbeiter, ohne 8-Stunden-Tag und ohne Arbeitslosungsunterstützung. Ich sag Ihnen einfach sozialisierungsreif. Sie, der Herr Schalbereiter, muss ein tüchtiger Wirtschaftsmann sein. Wenn ihm alles so gelingt, wie er döst mit dem Bein, noch erlegt Achtung vor ihm. Den sollte man zum Sozial-Sicherungsminister machen. Das war's Richtige. Das glaub ich. Sie, der hat ein paar Pinzauer eigener Zucht, die ziehen 80 Zentner vom Fleck weg im guten Schritt. Nicht vergessen, Pinzauer ist dieses militärische Fahrzeug. Gibt's in vieler Ausführung. Auf ebener Straße? Nein, bergauf. Ach so, ich hab's schon geglaubt, bergab. Da brachte der Wirt gerade eine Eierspeise mit Specksalat und einen Krug quirligen Birnenmost. Der rätselige Reisende überhörte vor Wohlgeruch den letzten Satz und versank schweigend im Genusse. Wenn der Vogel frisst, so pfeift er nicht, auch der Spaßvogel nicht. Der Wirt verschwand, um die Fahrgelegenheit bereit zu machen. Als es ans Zahlen ging, sagte der Wirt, ohne mit einer Wimper zu zucken, Essen und Trinken, alles zusammen, 64.000 Kronen, der Honig 127.000 Kronen und die Fuhr 90.000 Kronen. Der Reisende, an Wiener Preisen gewöhnt, fuhr dennoch zusammen. Herr Wirt, mir scheint nach Ihnen, Sie haben in Kratz bereits eine Gasse benannt. Wüstet mir. Nämlich, unter uns gesagt, die desbekannte Räubergasse neben der Schmiedegasse zu Kratz nämlich. Was? Nichts für Ungut. Fürs Essen zahle ich schon gerne etwas. Von mir aus ins Schweizer Franken. Aber die Fuhre zum Bahnhof, den Katzensprung, der hört sich doch allerhand auf. Ja, wüsstens, ich spar halt zusammen. Ich möcht mir Prinzgauer und Beinvögel kaufen, Wie er dem Herrn Schreibereiter der Seiligen späthin lasst er in Hönig Schönbülleich bald sie wieder. Ich glaub, das habt ihr verstanden. Sie sind spaßig, Herr Wirt. Jetzt sagen Sie gleich, was Sie nachlassen von der Rechnung. Werden wir erst sehen, was Sie von den Prinzgauer und Beinvögel nachlassen. Und sie haben richtig beide hübsch einen Trumm nachgelassen. Ist schön, ist schön. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Geschichte. Und zwar, hier nochmal kurz, das seht ihr dann wahrscheinlich auf dem Bild. Irgendjemand muss in diesem Buch ein vierklettiges Blähblatt versucht haben zu trocknen. Leider nach den Jahren und Jahren und Jahren ist es jetzt nur noch zusammengedrückt. Und naja, viel ist nicht mehr übrig geblieben. Das kann weg hier. So, im nächsten geht es jetzt sehr viel ums Essen. Ich hoffe, ihr verträgt das. Okay, nächste Geschichte. Slowenisches Gastmahl. Ende September 1912 musste ich zu einer Rinderschau nach Laufen in Oberen Santale gelegt im Bezirk Cili, wo ich als Anttierarzt wirkte. Im Bahnwagen saß unter anderem Teilnehmern auch einer höheren tierärztlicher Beamter des Ackerbauministeriums. In Riedsdorf stiegen wir aus und wanderten zu Fuß durch die prachtvolle Gotteslandschaft. In Prassberg nahmen wir eine Fuhrwerk und rollten streng sachlich durch die schönen Oberburger Kessel. Im Laufen angekommen gerieten wir durch eine Kette von Umständen unversehens zu einer Hochzeitsschmause, bei dem sich die Tische bogen. Wir wurden ausgesucht freundschaftlich aufgenommen und bewirtet, wie wohl nur einer von uns fließend slowenisch verstand. In Sachen der Gastfreundschaft vergeben sich Slowenen wie Kroaten nicht leicht etwas. Zum Essen und Trinken hatten wir Zeit genug, umso mehr mussten wir uns mit dem Schlafe beeilen. Dazu blieb uns nur knapp vier Stunden, denn unser Tageswerk begann um sechs Uhr früh. Da standen schon die Rinder in hellen Scharen auf dem Viehmarktplatze, die wir nach ihrem Zuchtwerte einzuschätzen hatten. Um neun Uhr vormittags knurrte uns der katrige Magen schon ungestüm nach etwas Schafen und Pilsner lechzend. Derlei Rechnungen unterdrückten der Rummel eine starke, bestickte Rinderschau erbarmungslos. Da heißt es unermüdlich weiter tifteln, bis alles abgefertigt ist. Endlich um zwei Uhr nachmittags kam es zur Preisverteilung, die der Herr Pfarrer von Laufen, ein älterer, aber sehr rüstiger Herr, mit einer schönen Ansprache einleitete. Selber ein eifriger und erfolgreicher Förderer der Landwirtschaft, hatte von frühen Morgen an mit uns als Preisrichter ununterbrochen mitgetan und uns durch seine Treffnisurteil die volle Hochachtung abgenötigt. Nach der Preisverteilung lud er uns alle mit vollendetem Anstand zu einer bescheidenen Löffelsuppe ein, auf eine Kleinigkeit, was man halt auf dem Lande bieten konnte. Der schön gedeckte Tisch verhieß allerdings ein Arzel mehr. Ein ungemein freundlicher Kaplan ließ es sich nicht nehmen, uns zu bedienen. Zunächst kam ein slowenisches Gericht, ein unübertrefflicher Rindersuppe, von der mit die ganzen Kriegsjahren her träumte. Darin schwamm allerlei kleingeschnittenes Gemüse und sonst noch mancherlei herum, was den Kennern nachdenklich stimmte. Danach gab es ein saftiges Rindfleisch mit spritzigen Apfelcreen und an und für sich ein Fall. Ich hielt mich zurück, als der liebenswürdige Kaplan nötigen wollte, noch ein Stück zu nehmen. Meinen tierärztlichen Tischnachbarn konnte ich nicht mehr warnen, er hatte sich schon zum zweiten Male bedient. Ich raunte ihm dennoch zu, vorsichtig zu sein, mit dem Hunger auszuhalten und zu sparen, es kämen noch Backhühner. Er würdigte mich keines Wortes, sondern sah mich einen Blick an, der den Untergebenen zu verstehen gibt, dass der Vorgesetzte keines Ratschlages bedarf. »Kann's nix machen, Herr Hauptmann, wann's der Herr Pferdwebel angeschaffen hat«, sagte der Tiroler Standschütze. »Eben schwammen blaugesottene Forellen, äh, blaugesottene Rosellen, äh, Rosellen, äh, Forellen. Blaugesotten heißt Blaugesuttene auf Fränkisch und bedeutet im Essigsud eingekocht, süßsauer und dadurch süßsauer geworden, also süßsauere Forellen. »Eben schwammen blaugesottene Forellen mit allerliebsten Butterdäpfeln, äh, Buttererdäpfeln daher. Gegen Fische habe ich nur einzuwenden, dass sie Gräten haben. Indes, man soll nicht heikel sein, wenn es nur gut und viel ist, und zweifellos gibt es kaum etwas Besseres als etwas Gutes. Trotzdem war ich selbst fest entschlossen, keine dritte Forelle mehr zu nehmen, in Blicke auf die Backhühner und flüsterte es auch meinen ministriellen Nachbarn zu. Der aber sah mich mitleidig an und säuselte von oben her zurück, sieh mit ihr harnjährigen Backhändel. Dem Fische wurden, wie man leicht einsieht, Gelegenheit zum Schwimmen geboten. Meine Nachbarn gab das zu schaffen, er hatte einen Forellenquitent zu versorgen. In weiterem Gedankenaustausch im Gegenstande blieb keine Zeit übrig, denn schon ging eine Schüssel mit Jungschweinbraten herum von geradezu überirdischen Zartheit. Seit meiner Firmung habe ich keinen so wohlgetanen gegessen. Die Firmung ist grob gesagt die Konfirmation in der katholischen Kirche. Dazu ein Gemenge erlesener Salate, reden wir lieber nicht davon. Ich überwand mich und nahm trotz aller Zureden nur ein Stück, mein Nachbar aus Wiens zweimal drei Stück und raunte mir zu. Sieh, da kann man ja nicht widerstehen. Wiederum warte ich ihn leise. Geben Sie acht, Besta. Sie werden sehen, es kommen noch Backhühner mit Gurkensalat. Er aber entgegnete mir unwirscht, reden Sie nicht so geschwollen daher, wo sollen Sie denn jetzt im Herbst Backhühner herkommen? Mein Schweinsbraten auf dem Teller ist mir lieber als Ihre Backhähendel auf dem Dache. Gleich darauf kamen, ich bitte zu entschuldigen, gesellste Schweinsrippeln mit Sauerkraut auf dem Tisch. Der eher hoch und liebenswürdige Gastgeber machte eine sanfte Bemerkung, er liebe es, schon Anfang September einen Prilling in den Rauchfang zu hängen und Frühkraut einsauern zu lassen. Denn man könnte nicht wissen, ob eine nicht ganz besondere Gäste mit die Ehre geben und da empfehle es sich, irgendwelche leicht verdaulichen Gerichte bereitzuhalten. Viel könne man auf dem Lande ja ohnehin nicht bieten. Und so bitte er mit dem bescheidenen Imbiss gütigst vorlieb zu nehmen, zu wollen und zu entschuldigen, dass das eine und jenes nicht vollkommen auf der Höhe sei. Dazu wurde die vierte Gattung erlesener untersteinrischer Weine eingeschenkt. Kerschbacher, Pickerer, Jerusalemer, Eisentürer, naja, ich kann nichts dafür. Trauen, ich begreife und würdige die unnachsichtlichen Forderer und Enthaltsamkeit und Pflanzenköstler. Aber einem so wohlgesetzten geistlichen Zuspruch und einem so dürftigen Rippenfleisch kann man nicht widerstehen, zumal ja durchschnittlich ohnehin einmal sterben muss und der Tod schließlich eine Ursache braucht. Ein klein wenig soll man ihm da schon aus angeborener Höflichkeit entgegenkommen. Wiederum ging die Schüssel herum, zum zweiten Male verlockend. Landgraf, werde hart, rief er mir innerlich zu und warnte auch meinen Nachbarn, ihn leise an die bevorstehenden Backhühner erinnert. Landgraf, werde hart. Deutsche sagen 29 bei 0,44. Er aber brummte gedämpft eine höhnische Absage. Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen. Nun trat eine Feierpause ein. Fast wäre ich zaghaft geworden, denn es wurde verdächtig abgeräumt wie vor der schwarzen Kaffee. Da hätte ich schon ausgeschaut vor den höheren Berufsgenossen. Aber es war nur eine Kunstpause. Schon erschienen neue Gedecke. Mein Tischbachmar lehnte sich zurück. Ein Berg von Backhühnern, goldig, braun und knusprig, mit Gurken und Häuptesalat, wie im Schlaraffenland. Unser milder Gastgeber erläuterte wieder, dass er immer gerne noch im Sommer eine Henne brüten lasse, um besonders schätzenswerte Gäste zu ungewohnten Jahreszeiten Backhühner vorsetzen zu können. Meinem Tischmachbar konnte ich mich jetzt nicht widmen. Ich war zu sehr mit mir beschäftigt. Nach einer halben Stunde nahm ich wieder Eindrücke aus meiner Umgebung auf. Und da berührte es mich besonders schmerzlich, dass der Teller meines Tischnachbarn völlig unbenutzt dastand, glatt und glänzend wie eine Hofratsglatze. Auf meiner bestürzten Wimpelfrage, äh, ja, Wispelfrage, antwortete seine vorwurfsvoller Blick, wann ich nicht mehr kann. So etwas ist arg. Es ging mir wirklich nahe, so nahe, dass ich dem nachfolgenden Dunstobst, Backwerk Käse und Butter, nur noch das allernotwendigste Augenmerk zuwandte. Erst der vorzügliche Schwarze mit dem starken Glimmstängel fand mich wieder voll bei der Sache. Es folgte nun zum Schlusse der alte slowenische Brauch, der Johannissegen. Das heißt, es ist vom stärksten und besten Wein ein volles Glas auszudrinken und die Gläser sind nicht klein. Zum Leber waschen, meinte der liebenswürdige Kaplan tröstlich. Reinigkeit ist die halbe Gesundheit und alte Sitten und Gebräuche, muss man achten, da gibt's nichts. Als wir nach einem herzlichen Abschied im Wagen saßen, sagte mein höherer Berufsgenosse vorwurfsvoll, für so hinterlistig hätte ich sie nicht gehalten. Die Backhändel werde ich ihnen noch heimzahlen. Ich habe sie doch pflichtschuldigst gewarnt. Aber glaubtab, da hätten sie's werden können. Jetzt gestehen sie offen, woher haben sie erfahren, dass Backhändel kommen? Nein, verehrtester, sie haben doch genauso Anatomie der Haustiere durchgemacht wie ich. Und sie sind genauso an unserer Hochschule zum Beobachten angehalten worden wie ich. Haben sie in der Suppe nicht auch die Lebern und Maglern, Herzlern und Kraglern, Flüglern und Bürglern wahrgenommen? Meine anatomische Kenntnisse sagten mir, dass dieser Suppeninhalt von Haushühnern abstamme, lateinisch galnär. Daraus wieder zieht die Lebenserfahrung den Schluss, dass noch Hühner unterwegs sein müssen, da man sie nicht jeglich der Suppe zuliebe zum Schlachten pflegt. Hundling, Verwegner! Und sie lassen sich nichts besagen, wie alle Herren von Ministerium. Wir schliefen im Wagen alsbald eine und erwachte erst am Bahnhof in Riedsdorf. Als wir im Bahnwagen dahin dämmerten, vernahm ich plötzlich die Worte, woher haben sie gewußt, dass es gerade Backhändel kommen und nicht Brathühner? Um die wäre ich mich gar nicht gestanden. Hm, Verehrtester, ist Ihnen denn nicht der Geruch von Ausbackfett in der Nase gestiegen, so oft die Tür ins Speisezimmer aufging? Niederträchtig, aber nicht für mich. Das aber wohl. Fünf Stück haben sie verschlungen, zwei Brüsseln und drei Haxeln. Wie ein Scheibendrescher. Im Leben kommt eben sehr viel auf die Einteilung an. Und wer ausharret, wird gekrönt. Halten Sie den Pappen! So geschehen im Jahre des Heils 1912. In den Jahren des Unheils 1917 und 1918 allerdings gab es in den meisten großen Bauernhöfen und Pfarrhöfen, diese Gebirgslandes, wochenlang kein Brot und die übrige Zeit des Jahres war Schmalhands Küchenmeister. Auch das habe ich am eigenen Leibs mitgemacht. In denselben Gegend unterlernten wir erst schätzen, wie gut es uns damals gegangen war. In der guten alten Zeit vor 1914, mit der die Menschen übrigens genauso wenig zufrieden war, wie wir mit unseren Zeitläuften. So, das war's soweit. Ich schau noch mal kurz, ob ich auch nichts verpasst habe. Also unterfasst, gepölzt und unterzunden ist ein Synonym für getrunken. Pfnauste ist ein anderes Wort für keuchen. Kirschenbrocken, haben wir geklärt, ist Kirschenpflücken. Rucklich, genau rucklich, als die Bienen ein bisschen rucklich werden. Das ist gleich die Übersetzung, gleich locker und lose. Im Kontext also übermütig, unruhig und aufgebracht. Die Bienen, ne? Und der Dasig, heißt matt, niedergedrückt, niedergeschlagen, abgekämpft, im Kontext betrunken. Ist auch alles österreichisch. Ja, die Gegenstände. Beinsümper aus Stroh gemachter Bienenstock. Göppel, Göppelstange, ist eine Kraftmaschine, durch die Muskel, Wasser, Wind oder Dampfkraft angetrieben wird. Ein Pinsgauer ist ein österreichisches Militärfahrzeug. Ein Tabakstierer, Stielen, also Stochern, Tabak in der Pfeife herumstochern. Salmiaklösung, Amokjörgwasser, stark beißender Geruch. Ein Seidelstutzen ist der Boden von einer Kanne oder Maß. Ja, der Boden. Und ein Heustoll sind kleine Rundholzblockbauten, in dem Stroh aufbewahrt wird. Der Marizeller Hauptaltar steht im Basilika Mariazell, der bedeutendste Wallfahrtort in Österreich. So, in der zweiten Geschichte, genau, da habe ich ein paar Sachen überlesen. Weiter tüfteln, könnt ihr euch denken, heißt tüfteln. Blaugesotten ist halt eben aus einem Essigsug eingekocht, dadurch süß und sauer. Die Firmung ist grob gesagt die Konfirmation in der katholischen Kirche. Geselchte, genau, geselchte Rippen, Rippchen, das heißt geselchte heißt geräuchert. Untersteierischer ist einfach nur ein Begriff für aus der Untersteiermark. Und Traun heißt in der Tat. Gerade das Wort könnte man durchaus in seinen Wortschatz wieder einfügen. Traun klingt gut, finde ich. Traun. Im Deutschen neigt man ja sowieso mehr zum Kurzen. Insofern Traun. Traun. In der Tat. Traun. Kann man so stehen lassen, oder? Ja, Gegenstände. Butter, Erdäpfel könnt ihr euch sicherlich denken. Das sind Kartoffeln in der Pfanne mit Butter leicht angebraten. Was ein Prilling ist, habe ich nicht herausgefunden. Das muss irgendwas halt sein. Irgendwelche Kräuter, die man wirklich in den Rauchfang packt. Ein Kerschbacher, Pekkerer, Jerusalemer und Eisentürer. Da habe ich ein kleines Bild gefunden. Und Enthaltsamkeitsmeier ist ein Prediger der Enthaltsamkeit. Und Pfanzpflanzenköstler sind ein anderes Wort für Vegetarier. Und wie gesagt, der Spruch Landgraf Werlehardt ist eine sage, eine deutsche sage, österreichische sage, die ich schon mal in den deutschen Sagen vorgelesen hatte. Deutsche sagen 29 bei Minute 0044. Und ja, das war es soweit. Und dann hoffe ich, dass wir das nächste Mal wieder weitermachen. Ich hoffe dann nicht mit so viel krassen österreichischen Akzent. Und es ist für meine Zunge wirklich schwierig, das alles so zu lesen. Die Leute werden mich hassen. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber sie werden wahrscheinlich mit Rümpfen mit der Nase dieses Video sehen. Wie doch sei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es. Und dann werden wir uns sehen wieder bei der nächsten Folge. Wobei? Nee, falsch. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.